Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Und ja, dann höre ich gleich wieder, wenn die Trecker kommen. Bis gleich. Da hinten kommt schon der erste Trecker, aber davor... Okay, da hinten kommen die ersten Trecker. Das ist auf jeden Fall die Polizei sieht man auf jeden Fall ganz gut. Ja, jetzt warte ich hier mal, ich weiß, ihr seht hier gerade schwarz, aber vor mir ist eigentlich nicht so ein Gebäude. Und hier ist auf jeden Fall der kleine Theo. da... da... die Fanny, das sieht man jetzt nicht so gut. So, da stehen jetzt Menschen vor. So, da sind diese kleinen Blödmänner kaputt. Auto... jetzt stehen da genau Menschen vor, ne? Ja, da kommen die ersten Trecker. Ja, da kommen die ersten Trecker. Oh ja, oh... Oh mein Gott, Junge. Okay. Ich bleib hier jetzt mal stehen. Oh, da kommt schon die Polizei. Und da sind die Trecker. Alter, wie viele sind das? Gibt es da hinten? Okay, hier ist auf jeden Fall die Polizei. Hier ist so ein Strauch. Scheiße. Boom, Junge. Alter, ist das laut. Da steht irgendwas drauf. Wir... Da steht wieder was drauf. Da sieht witzig aus. Wie cool. Cool. Cool ist das bitteschön, Leute. Oh, es blendet schon. Da steht einfach so ein Weihnachtsmann hinten drauf. Wie chillig. Die Räder sind ja auch beleuchtet. Ja, hier nicht. Aber da. Boah. 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 Okay, das ist wirklich krass. Da kommt einer mit einem Tannenbaum drauf. Wie cool. Boah. Ah. Ah. Das ist ja so weiß Geschmack, finde ich nicht so cool. Ah, da steht wieder Landwirt. Pum, äh, weiß ich nicht mehr. So. Hier ist einfach ein Auto zwischen. Da ist einfach ein Auto zwischen. Jetzt kannst du wieder Vollgas geben. Da kommen irgendwelche Menschen und ich weiß nicht, wer er. Ach, komm! Henry, geh weiter nach vorne, oder? Hier ist schon wieder ein Auto zwischen. Das gibt's doch wohl nicht. Der gibt Vollgas. Hup, hup! Da hat gerade jemand gehupt. Tromm wieder! Oh, Junge. Nee, das reicht nicht für mein... Handy-Akku. Hoffnung ohne Bauern. Da steht einfach Hoffnung ohne Bauern. Geht es nicht. Wow. Ist das da hinten schon vorbei? Das kann nicht sein. Da hinten kommen noch welche. Da kommt wieder so einer. So ein weißer. Ah, Junge, ich dachte gerade schon, da wäre ein Tier, aber das war nur ein Schatten. Da wird wo sonst collabaschen. Und dann steigert. Was ist das ist eine Wollركgruppe? Untertitelung des ZDF für funk, 2017